Also das hat nix mit... Das hat nix mit... Der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Und heute direkt aus Saarbrücken mit dabei sind die viele Leute. Haben wir nachkommen. Alle schön hier abonnieren! Was seid ihr hässlich? So Leute, wir gehen ja glaube ich jetzt erstmal McDonalds oder so. Oder KFC. Der Vlog kommt glaube ich heute. Jaja natürlich. So groß bin ich nicht. Ich hab kein Kind von dir. So Leute. Der macht auch Video. Machst du auch Youtube? Nein er macht ja Youtube. Er macht Video aber dafür kein Youtube. So. Ich geb dir ein Tipp. Wenn du Geld damit verdienen willst. Machst du Werbung rein. Nein Alter. Hä? Mal ehrlich ich heute will uns jeder überfahren. Ist das nicht Speicherplatzverschwendung gegangen? Was? Speicherplatzverschwendung wenn du das Hof da bist. Video wird nachher eh wieder gelöscht. Video wird nachher eh wieder gelöscht. Ja. So Leute. Ja Alter. Wir sind bei der Sparkasse. Wie ihr sehen könnt. Wir müssen über die Straße jetzt. Wir müssen über die Straße jetzt. Hey guck mal. Was? Alles klar. Hast du noch Folgen? Folgen? Alles klar. Hast du dich mal schauen? Hashtag Lifestyle? Hashtag Lifestyle. Hashtag Lifestyle in den Kommentaren. Hashtag Lifestyle in den Kommentaren. Haben wir nachher kommen. Spaß. Wir gehen glaube ich jetzt McDonalds oder so. Ja ok. Ich stehe lieber. Wir beide sind. Rhein Murm. Rhein. Lass uns da Döner-Challenge machen. Ne. Ich hab schon Döner-Pogs-Challenge. Hab ich schon gemacht. Lange zu ne? Und ja. Was soll ich noch dazu sagen? Alter. Wenn ich das hochladen würde mit meinem Handy. Wenn das bei mir Speicherplatz hochgeladen würde. Warum? Ein Mikrobyte. Und so. Hä? Was meinst du damit? Wenn ich das Video mache. Nein, wenn du ein Video hochläst, wird das auf YouTube hochgeladen. Ja. Dann nimmt das keinen Speicherweg. Mich? Danach kannst du direkt das Video wieder löschen. Und da oben ist oft die Deutsche Bahn. Warte Leute. Europa Galerie. Ja. Ja. Oh. Saturn. McDonalds. Natürlich. Was? Döner? Ja. Dann lass uns einfach mal Döner. Lass Döner-Challenge machen. Ich will keinen Döner. Doch. Kein Döner-Challenge, Alter. Ich will keinen Döner. Ich will mehr Döner. Ich will mehr Döner. Etwas mit Essen. Hä? Ich will keinen Döner-Challenge. Ja. Also wir müssen aufpassen. Komm wir filmen schön die Polizei. Spaß. Also da hinten steht schon die Polizei. Ne Alter ich will lieber McDonalds oder so. Ist das echt so? Ja. Ist das wirklich blutig. Ja. Leute. Leute die mich noch nicht gesehen haben bei Zeitzentrum TV Kanal. Ich bin das. So sehen die mich jetzt endlich. Ey. Ey. Aber trotzdem. Ihr seid selbst. Noch wieder schön. Ja ja. Hä? Aber wenn ich das hochladen dann steht da oben ein Mikrobald und da sind diese schwarzen Dinger. Schwarze Ränder? Ja. Keine Ahnung. Du musst das so aufnehmen wie ich es mache. Nicht so. Wenn du es so aufnimmst dann ist das scheiße. Dann ist da so ein schwarzer Rand. Du musst das so aufnehmen. Im Mac ist wie aufst du da rein? Und das geilste ich hab tablett das ist noch größer. Hm? Da ist Polizei. Da ist Polizei. Da rein. Ja und? Ich weiß. Da ist die Polizei. Hier ist die Polizei. Ich mach mal einen kurzen Schnitt. So wir sind direkt hier drin. Also ich wollte nicht filmen weil die Polizei da war. Also ja. Alter du sagst das auch noch um. Alter Alter Alter. Ich fress. Alles klar. Als wäre das was besonderes. Das ist ja gleich Royal alles klar. Du immer noch. Oder ist das neu? Ja ist das neu? Ja ist das neu? Mhm. Ja Spielzeugautos und so weiter. Also ich film mir jetzt nicht alles so professionell. Es ist alles voll geil hier. Wir dürfen bis halb zwölf hier rumlaufen. Ja bis halb zwölf hier rumlaufen. Und wir haben jetzt alle eine Schule. Ja. Marco. Polo. Haha. Saturn alles klar. Wir gehen jetzt erstmal Saturn. So Leute. Ich film das alles jetzt so. Stop. Ich muss mal schieben. Oh was da ist was für wen? Da ist Saturn. Da hinten ist Saturn. Warte. Wir müssen mal gucken was die Spiele gibt. Komm. Hinten. So wir sind jetzt in Saturn angekommen. Hinten hat gesagt es ist schon draußen. Nur mal so zur Info hier. Hier gibt es auch noch eine 2. Far Cry 4. Wo ist Far Cry 4? So Far Cry 4. Aber Far Cry 5 ist doch nicht draußen. Wir haben uns Little Big Fanet. Little Big Fanet. Little Big Fanet. Können wir gehen mal wenn wir heute zu den Banner spielen? Ja komm. Oben oben. Leute. Also ich werde das noch alles schneiden und so. Boah. Ja natürlich gehen wir zu den Banner spielen. Hast du nicht mit dem Spiel? Nein. Weil. Ich kann nicht schon filmen. Du kannst nicht volllaufen. So. Seid mal die Luschen. Wären ihr kein Luschen. Ja was. Wer ist schneller. Wer ist schneller. Wer ist schneller. Aufzug. Warte. Wer ist schneller. Wir gehen. Warte. Ich. Ich gehe Treppe. Also. Ja. Anscheinend bin ich hier alleine geblieben. Ja es ist auch kein Problem. Haha ich bin schneller als hier. Oben. So. So. Jetzt dürfen wir kurz unsere Ruhe haben. Also heute kommt definitiv noch ein Livestream. Denke ich mal. Wo ist PS4? Hier. So. Assassin's Creed Origins kommt erst morgen. Ja. Also ich wollte mir. Also ich wollte mir auf jeden Fall. Warte. Horizon Zero Dawn kaufen. Alter. Warum ist alles hier so viel teurer als im Mediamarkt. Alles klar. Also im Mediamarkt kostet das Spiel einfach 50 Euro und hier 67. Ja. Ja. Crash Bandicoot. Code. Ja ich weiß ich kenne Fallout 4 aber das Spiel ist nicht so geil. Wie kaufst du doch mal. Guck mal wie teuer das hier alles ist. Im Mediamarkt kostet das 18 Euro. Das habe ich zu Hause. Wo ist es? Wo ist es? Ich habe. Am 17.11 wird das veröffentlicht. Keine Ahnung warte. Assassin's Creed kommt erst morgen raus. Ja ich weiß. Und Super Mario Odyssey für den Switch. Hier steht alles. Guck mal ich habe genau die gleiche PS4. Also PS4 Pro. Das kommt erst nächstes Jahr raus. Was? 31.12. Ich weiß. Das ist noch ein ganzes Jahr jetzt. Ein ganzes Jahr. Ja. 31.12. Mhm. Guck mal das ist Ende Dezember nächstes Jahr. Ich weiß. Hä? Nein. Das ist aber Fake. Weißt du wann das rauskommt? Hä? Die haben sich doch verschrieben. Guck mal da steht. Red Dead Redemption kommt am 31.12.2018 raus. Obwohl es wurde angekündigt Frühjahr 2018. PS4 Best, Alter. So was haben wir noch? Was haben wir noch schönes hier? Also I don't know. Hä? Hast du jetzt wieder ein neues Video? Film mal film mal film mal. Was? Wer kennt es nicht? Ja. Ich schneide alles zusammen. So. Ich liebe ARC. Wo ist ARC? Was? Hier gibt es nicht mal ARC. Im Mediamarkt gibt es. Doch hier guck. Leute. Guck mal ARC. Für die PS4. Ist aber noch teuer. Ja ich werde es mir kaufen. Es steht auf jeden Fall in der Liste. Da haben wir unseren guten Edward Leute. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Was? Hau mal die Tür. Ja geil gell? Heißt der einfach nicht. So. Wir haben nicht so gute Spiele hier. Aber bald kommt ja PS5 raus. Alter wie klein das ist. Ich bin daran gar nicht gewohnt. Holst du PS5? Das ist die Slim oder? Ja. Warum? Leute. Macis. Da musst du alles reinmachen. Ja stimmt ja. Ok wir sehen uns gleich beim Macis. Oder wenn wir Essen gekauft haben. Bis gleich. So. Ich habe mir jetzt eine Big Tasty Menü Bacon geholt. Da hinten ist McDonalds. Da durfte ich aber leider nicht filmen. Ich wurde gebeten das zu löschen. Und besser gesagt. Ich durfte nicht filmen. Und ja. Hier. Da hat sich ne. Da hat sich ne. Cheeseburger. Chili Cheeseburger. Und der wird das jetzt kritisieren. Das bekommt. Das kommt euch bestimmt bekannt vor. Also. Der Käse ist ja viel zu kalt. Ne ehrlich. Der Käse ist viel zu kalt wie ich den ja kenne. Und so Zitra. Mehr als 50 Dinge habe ich davor gegessen. Ja. Der Käse ist mattig. Kalt. Also das hat nix mit. Hat nix mit. Hat nix mit. Zitra zu tun. Und heute. Hab ich den ersten Big Tasty gehabt. Der Käse. War schon. Außen an der Verpackung. Fest. Geschmolzen. Das heißt. Das Teil liegt da hinten. Schon 20 Minuten. Und. Der Big Tasty. Hat nichts mehr mit einem Big Tasty. Zu tun gehabt. Bis auf das Aussehen. So. Leute. Ich mach jetzt ne Big Tasty Menü. Unboxing. Das macht. Hat schon mal Tanzverbot gemacht. Mit irgendwelchen Chittin Nuggets. Oder so. Mach ich jetzt nach einfach. Und er frisst sein Eis. Das ist der Big Tasty. So. Der Big Tasty. So. Unboxing. Wie macht man das auf? Achso. Ja. Guck. Sieht ihr Leute. Big Tasty. Hat nix mit einem Big Tasty Bacon zu tun. Der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Bis auf das Aussehen. Und. Hier erstmal versoffene Pommes. Man kennt das hier von. Alter. Es fällt alles runter. Schmeckt? Viel zu schwammig. Es hat nichts mit Pommes zu tun. Meine Freunde. Viel zu schwammig. So. Wir sehen uns gleich wieder. Hallo Leute. Und es kam doch nichts mehr. Weil ich nichts mehr aufgenommen habe. Es tut mir leid Leute. Ich konnte nichts mehr aufnehmen. Ähm. Wir waren noch KFC und haben 18 Chicken Wings gekauft. Ich blende euch ein Bild ein. Äh. Und ja. Was soll ich denn noch sagen Leute. Es war ein geiler Tag. Und so. Ich hoffe mein Vlog hat euch einigermaßen gefallen. Und wie gesagt. Das Video sollte niemanden beleidigen. Und dient lediglich zu Unterhaltung Leute. Also. Ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und lasst mal ein Like da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Dann ein Abo. Und Dankeschön fürs zu sehen. Und wenn es. Wenn ihr. Bis hier geschafft habt. Hashtag. Kuccio Pal. Vlog. In den. Kommentaren.